Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. In der letzten Folge haben wir das Viertel hier komplett fertiggestellt. Das ist auf jeden Fall ziemlich nice und in dieser Folge machen wir dann hier oben weiter und hier wollte ich eine Kaserne hinbauen. Ich dachte mir ist ein guter Platz hier eigentlich, weil hier soll ja auch so ein großer Turm hinkommen. Passt eigentlich ganz gut dazu, würde ich sagen. Dafür müssen jetzt aber erst mal die Bäume weg. Okay, mal sehen, wie genau mache ich das? Also da soll ein Turm hin. Dann könnte man eigentlich ganz gut die Fläche hier komplett so als Übungsplatz benutzen, sage ich mal. Und hier dann vielleicht ein Gebäude hin. So, das sieht doch schon mal gut aus. Da würde ich mal sagen, überlege ich mal, was ich für Materialien benutze, weil ich will ein bisschen andere Materialien benutzen als dafür die Häuser. Das wird ja auch auf Dauer ein bisschen langweilig. Ich habe mir gedacht, vielleicht Nether Bricks für das Dach. Das könnte ganz gut funktionieren. Vielleicht Endstone für die Wände. Ich fange hier an mit dem Tor und der Mauer. Einmal komplett um den Platz herum. Dann hier der Turm auf der anderen Seite vom Tor. Da probiere ich ein paar Formen aus. Entscheide mich am Ende hierfür. Und dann mache ich das Tor auch noch ein bisschen länger und mache das da oben drauf. Dann hier mache ich ein Weg aus Holz. Einmal komplett an der Mauer entlang, dass man auf der Innenseite rumgehen kann. Und danach gebe ich der Mauer dann noch Zinnen auch aus Nether Bricks. Dann noch die Dächer von den Türmen und natürlich bekommen die Türme am Ende auch noch Fenster. So, das ist doch schon mal ziemlich nice eigentlich, würde ich sagen. Ja, der Plan ist jetzt, hier würde ich noch einen zweiten Eingang machen. Also da kommt auch noch ein Turm hin. Und da auch. Und dazwischen ist noch ein zweiter Eingang. Vielleicht etwas größer. Und hier kommt dann noch das Hauptgebäude hin. Und hier ist dann im Prinzip so der Übungsplatz. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir da in der nächsten Folge weiter. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kanal. Bis dann. An. Die Augen. Ja. Ja.